Willkommen auf dem Stand der Firma Cass Valley auf der IBC 2010. Als eine Weltneuheit zeigen wir hier erstmals ein neues Gerät mit dem Namen LDK Connect Gateway. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, mit externen Geräten auf unser Kamerasteuersystem zuzugreifen. Wir können damit z.B. von unserem Cayenne-Mischer direkt Kamerafunktionen vom Mischer aufrufen, wie z.B. Filterradsteuerung, Szenenspeicher können wir aufrufen oder jegliche Art von anderen Kamerafunktionen. Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, per Ethernetkabel digital die Tele-Steuerung der Kameras vorzunehmen. Das heißt statt GPI-Kontakten, die zwischen Mischer und Kamera fest verkabelt werden müssen, können wir jetzt direkt mit einem Ethernetkabel alle angeschlossenen Kameras, das können bis zu 99 Kamerabus sein, direkt auch digital mit dem Rot-Grün oder Gelb-Telly zu steuern. Aber darüber hinaus können wir auch mit externen Geräten auf unseren Kameras zugreifen lassen. Z.B. können Hersteller von Schwenk-Neigekopf-Steuerung direkt in den Bediengeräten für die Schwenk-Neigekopf-Steuerung auch Kamerasettings abspeichern. Das heißt, über Scene-Files oder Shot-Files kann man sowohl Schwenk-Neigekopf-Positionen als auch Kameraeinstellungen abspeichern und auf Knopf aufrufen. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Möglichkeit, mit externen Systemsteuerungen, also Kreuzschienenkontrollen und Ähnliches, direkt auf die Kameraeinstellungen zuzuteilen. Damit kann man quasi automatisiert Kameraeinstellungen verkoppelt mit Kreuzschieneinstellungen, mit anderen Monitor-Display-Informationsänderungen, mit Mischersteuerung oder auch mit Serversteuerung alles vernetzt auf einem Tastendruck umschalten. Damit gibt es eine Verbesserung der Stabilität, der Zuverlässigkeit, aber auch der Wiederholbarkeit von Einstellungen. Wir erwarten dadurch eine verbesserte Möglichkeit, komplette Umkonfigurationen auf Tastendruck vorzunehmen.